Was soll das? Ich mache ein Päuschen. Und er? Er wollte kein Päuschen machen. Ich habe keine Lust mehr, nur um im Internet böse zu sein. Ich brauche Action. Du bist zu jung für die Arbeit des Teufels. Entschuldigung. Okay, aber ich bestimme die Person, die du dazu bringen sollst, Böses zu tun. Nur eine Person. Hallo, ich bin die Greta. Herzlich willkommen. Es ist aber schön, dass du da bist. Kannst du mir keine normalen Menschen raussuchen? Die sind so widerlich nett. Ende der Woche will ich sehen, was du geleistet hast. Ich schaffe das. Hast du eigentlich einen Freund? Nein. Hast du irgendwo Alkohol oder Drogen? Nein. Du legst mich doch gerade an, oder? Ich würde niemals lügen. Ist doch wieder Welt-Top-Flappentag. Das hat meine Mama gestrickt. Gut, davon wird es auch nicht schöner. Das kannst du dir niemals in deinem ganzen Leben leisten. Willst du mitabschreiben? Nein. Was würde es mich kosten, wenn du sie anmachst? Klär dir neuen Maddie Regeln. Lick dich nicht mit ihm an. So etwas kannst du doch nicht machen. Was hast du gefühlt, als ich dem Kleid die Locken geföhnt habe? Ja, ich hatte Angst um dich. Na, du Wollknei? Hör mal auf, dir deine Klamotten im Mittelalter zu krauten. Wieso lässt dich dauernd wieder machen? An deiner Stelle. Hätte ich den beiden schon ordentliches Make-Over verpasst. Jetzt bist du mal so richtig aufgebitscht. Ja. Mega cool. Wenn du ihr wehtust, mach ich dich platt. Was noch andere Hobbys? Verliebte Teufel sind nicht zu gebrauchen. Bist du verliebt? Ich? Ja, guter Witz. Oh Gott. So kann ich doch nicht in die Schule gehen. Wir haben deine Kleider an. Ja. Du bist echt ein Geschenk des Himmels. Ja. Ja, ist voll krass, ne? Bitches. Wenn du in die Schule kommst. Und du riecht. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020